Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch die Glossybox im Januar vorstellen, zeigen. Hier haben wir einmal eine Leseprobe. Hier kommt einmal das Glossybox-Magazin, da gucke ich rein und zeig euch dann die Preise. So, machen wir mal auf. Hier kommt einmal eine Maske, eine koreanische Maske. Mal gucken. Die kostet... 3,99 Gesicht reinigen, Maske aus der Verpackung nehmen und auf das Gesicht legen. Nach 20 Minuten entfernen und die restlichen Entzenzsaft in die Haut einklopfen. Mit Grüntee und Aloe Vera. Bin ich sehr gespannt. Dann haben wir hier einmal 2 Abschmiedpads vegan. Die kosten 6,95 Für eine sanfte Gesichts- Wäsche-Pads mit laubarmem Wasser... Was... Eintauchen und anschließend in kreisenden Bewegungen über das Gesicht... Den Hals und Dekotee wischen. Beliebig oft wiederholen. In der... Waschmaschine bei... Bis zu 60 Grad waschen. Da bin ich mal gespannt. So, dann haben wir hier eine... Miya Probe. Zeit für neue Regeln. Ein Tampon. Machen wir mal weiter. Haben wir hier ein... Reinigungsgel... Gläsengel... E-King... E... E-Ko-King... 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 Das sind... Feuchtige Gesicht... Den Hals und Dekotee einmassieren. Und der Fließe nimmt was... Sehr gründlich abspülen. Die kenne ich noch nicht, die Marke. Bin ich gespannt. Dann haben wir hier eine... Handcreme von... Mixer. Ja... Die kostet... 2,95... Für... Reparierende... Harncreme... Trockene... Beanspruchte Hände. Das ist sehr schön. Bin ich mal gespannt. Dann haben wir dann noch ein Produkt. Mal gucken. Und zwar ist hier eine... Wieso... Das ist nicht auf Deutsch. Ich muss kurz blättern. Ein... Das ist ein... Ein Haselnussgrößtes Produkt. Entnehmen, sanft aufs Gesicht auftragen und einmassieren. So eine Gesichtscreme, die sind 53ml und kostet, die steht für 15ml kosten 28,50, aber das sind nur 3. Ja, das war die Glossybox. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Beauty Puppy. Tschüssi!